Als Home Recorder ist Raumakustik für dich am Anfang total irrelevant. Herzlich willkommen zu diesem Video, mein Name ist Christian Benner und heute reden wir über das Thema Raumakustik. Also was mich ein bisschen aufregt in dieser Branche ist, dass in letzter Zeit immer öfters das Thema Raumakustik Thema war. Man kann sich auch total verlieren in diesem Thema, weil es 100.000 unterschiedliche Meinungen gibt dazu. Aber Fakt ist nun mal, dass das für dich als Home Recorder am Anfang erstmal gar keine Rolle spielt. Wenn du noch nicht in der Lage bist und weißt, wie man einen Kompressor einstellt, was juckt dich da, ob du da schon irgendwelchen Noppenschaum an der Wand kleben hast oder sonstiges. Es bringt dich nicht weiter. Wenn dein Mix nachher im Auto kacke klingt, dann brauchst du das auch nicht als Ausrede zu nehmen, dass dein Raum noch nicht akustikoptimiert ist. Das ist das, was einem aber eingetrichtert wird. Viel wichtiger ist wirklich bei den Basics anzufangen. Für dich ist als Home Recorder erstmal wichtig, was aus den Lautsprechern kommt. Selbst wenn diese Lautsprecher in Kopfhörer eingebunden sind. Es ist erstmal viel wichtiger, was passiert in dem Mix. Den Mix direkt so zu beurteilen, wie er ist und nicht, was irgendwie wieder in dem Raum klingt, nur weil du irgendwie eine stehende Welle bei 400 Hertz hast oder so. Deswegen hör auf, dir irgendwie einreden zu lassen, du brauchst noch das, du holst dir Basso-Tag und knall da noch Mineralwolle rein und sonstige Sachen. Es bringt am Anfang erstmal nichts. Wenn du ein gewisses grundlegendes Know-how hast und weißt, wie die Werkzeuge funktionieren, du weißt, wie man Entscheidungen trifft, muss jetzt da ein Signal IQt werden. Wie funktioniert überhaupt Gain-Staging, das ist auch so ein schwieriges Thema, Gain-Staging, das ist eigentlich nicht viel. Es wird aber auch ein Riesending draus gemacht. In einem anderen Video dann wahrscheinlich mehr dazu. Aber die Raumakustik ist für dich jetzt erstmal total nebensächlich. Wenn du das irgendwann verstanden hast, wenn du dir sicher bist, du weißt, du hast deinen Prozess, du musst von A nach B nach C, um auch hinten dann das Ergebnis rauszubekommen. Und du merkst jetzt, ich bin an einem Punkt, es könnte Raumakustik für mich interessant werden. Dann kann man da eventuell sich ein bisschen mit auseinandersetzen. Jetzt gibt es natürlich auch tausende Foren und jeder sagt was anderes und pipapo. Aber für den Anfang, für dich als Home-Recorder ist erstmal das grundlegende Handwerk wichtig, dass du das verstehst. Und lass dich nicht aufhalten oder dir irgendwie einreden, dass du deinen Raum noch optimieren musst. Oder was weiß ich, du brauchst auf jeden Fall noch einen Subwoofer. Sondern guck eher, wo liegt der Hebel im Handwerklichen, wo kannst du da noch mehr rausholen, bevor du da jetzt irgendwie in den Raum investierst. Zudem ist es so, dass der Endkonsument niemals in einem perfekten Raum sitzen wird. Es ist ein Küchenradio, steht im Raum und so. Er wird niemals unter perfekten Bedingungen diesen Mix hören. Also muss man hier auch mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Hier, das ist natürlich eine andere Hausnummer. Wir sind hier natürlich im Profibereich unterwegs. Da geht es auch um Mastering, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber für dich als Home-Recorder ist der Raum am Anfang absolut irrelevant. Das soll ich dir eigentlich mal gesagt haben. Und genau, deswegen nimm das bitte mit hier als Denkanstoß und lerne einfach jeden Tag an deinen Mixen zu arbeiten. Kümmer dich weniger um die Raumakustik und du wirst wesentlich größere Schritte nach vorne machen, dir schneller Know-how aneignen, bevor du dich hier mit solchen total nebensächlichen Sachen zumindest am Anfang aufhältst. So viel zu diesem Thema. Ja, ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen, wenn du Bock hast, deine Mixe wirklich mal auf Profi-Niveau zu bekommen, dass du einen Fahrplan an die Hand bekommst, wie man da wirklich professionell vorgeht, wie man den bestmöglichen Sound aus deinem eigenen Audiomaterial rausholst. Dann geh einfach mal auf Home-Recording am A1, bewerb dich auf eine kostenlose Mix-Analyse, dann gucken wir mal in deine Session rein, bauen einen Plan und dann erarbeiten wir gemeinsam deinen Sound, den du dir vorstellst, um den dann auch auf den Musikplattformen dieser Welt veröffentlichen zu können. Genau. Also bis dahin. Liebe Grüße aus dem Westverwald. Dein Christian. Tschüssi. Tschüssi. Musik Musik